Satan weiß, wenn er die Sünde in ihrem wahrhaftigen Wesen und ihrer eigenen Kleidung präsentierte, so würde die Seele eher davor fliehen, als sich mit ihr einlassen. Deshalb zeigte sie uns nicht in ihren eigentlichen Farben, sondern er bemalt und übertüncht sie mit dem Namen und dem Anschein von Tugenden, damit wir viel leichter von ihr überwältigt werden und zudem mehr Freude am sündigen Selbst haben. Stolz präsentiert er der Seele unter dem Namen und dem Begriff von Sauberkeit und Reinheit. Habgier, welche der Apostel als Götzendienst verurteilt, bezeichnet er bloß als guten Geschäftssinn. Trunkenheit als eine angenehme Art der Gemeinschaft, Zügellosigkeit erscheint unter dem Decknamen von Großzügigkeit und Mutwille wird als Streich der Jugend abgetan. Maßnahme 1 Bedenken Sie, dass die Sünde kein bisschen weniger schmutzig, abscheulig und widerwärtig ist, auch wenn sie mit den Farben der Tugend gefärbt und angestrichen ist. Eine giftige Pille wirkt niemals weniger tödlich, selbst wenn sie mit Gold überzogen ist. So ist auch ein Wolf nie weniger ein Wolf, nur weil er in einem Schaffel daherkommt. Noch ist der Teufel weniger ein Teufel, obwohl er manchmal als ein Engel des Lichts erscheint. So ist auch die Sünde nicht weniger dreckig und verabscheuungswürdig durch das Überstrichensein mit Farben der Tugend. Maßnahme 2 Je mehr die Sünde mit den Farben der Tugend überstrichen wird, desto gefährlicher wirkt sich das für die Seele des Menschen aus. Das ist in diesen Tagen ersichtlich, wo viele Seelen den Weg der Heiligkeit verlassen haben. Sie genossen die süße und herrliche Gemeinschaft mit Gott. Doch durch Satans nette Übermalung der Sünde und das Herausstreichen der Lasterhaftigkeit im Namen und in der Farbe der Tugend wählten sie Pfade der höchsten Eitelkeit und Torheit. Dies ist so offenkundig bekannt, dass ich es bloß nennen muss. Der gefährlichste Schädling ist zu oft unter der herrlichsten und süßesten Blume zu finden. Der schönste Handschuh wird oftmals über die schmutzigste Hand gezogen und die wertvollsten Gewänder bekleiden zumeist die unreinsten Körper. So erhalten die größten und abscheulichsten Untugenden und Verfehlungen, die in der Welt existieren, die schönsten und süßesten Namen. Ach, hätten wir davon doch nicht so viele traurige Beispiele unter uns. Maßnahme 3 Betrachten Sie die Sünde mit jenem Auge, mit welchem Sie sie in kurzer Zeit sehen werden. Ach Seelen, wenn ihr auf eurem Totenbette liegen und vor dem Richterstuhl stehen werdet, wird die Sünde bloßgestellt sein, ihr Kleid und ihre Gewänder werden abgelegt sein und dann wird sie gemeiner, schmutziger und schrecklicher als die Hölle selbst erscheinen. Dann wird jenes, was zuerst am süßesten erschien, sich als das Bitterste erweisen. Das Schönste wird sich als das Häßlichste darstellen und das Entzückendste wird dann als die größte Grausamkeit für die Seele erscheinen. Ach Schande, Schmerz, Ärgernis, Verbitterung, Abscheu und Hölle werden sich in der armen Seele erheben, wenn sie die Sünde unbekleidet erblicken wird. Die Sünde wird sich der Seele sicherlich als böse und bitter darstellen, wenn ihre Gewänder abgenommen sind. Ein Mensch müsste aus Stein sein, wenn er dabei unberührt bliebe. Zuletzt aber wird sich das Gewissen regen, selbst wenn sich jemand im gegenwärtigen Zustand keiner Schuld bewusst ist. Bei Labern zeigte sich diese verborgene Schulderkenntnis. Die Sünde wird letzten Endes Bitterkeit in sich tragen, wenn die Seele sie in ihrer eigenen schmutzigen Natur erkennen wird. Der Teufel geht mit den Menschen wie der Panther mit den Tieren um. Er versteckt seinen abscheulichen Kopf, bis sein süßer Geruch das Tier in seinen Gefahrenbereich gelockt hat. Bis wir sündigen, verhält sich Satan wie ein Schmarotzer. Nachdem wir gesündigt haben, ist er ein Tyrann. O Seelen, der Tag, an dem der Teufel die Farbe, mit der er die Sünde verzierte, entfernen wird, steht bevor. Er wird euren Seelen, dieses Monster Sünde, in solch ungeheuerlicher Gestalt präsentieren, dass ihr in euren Gedanken erschrecken werdet. Euer Angesicht wird sich verfärben, die Kraft wird aus euren Gliedern weichen, und eure Knie werden eines gegen das andere schlottern. Eure Herzen werden so erschrecken, dass ihr wie Heitofel und Judas bereit sein werdet, eure Leiber auf dieser Erde und eure Seelen in der Hölle zu erdrosseln und zu erhängen, wenn der Herr an euch nicht mehr Gnade zeigt, als er es bei diesen Tat. Oh, betrachtet deshalb die Sünde so, als müsstet ihr sie in alle Ewigkeit anschauen, und wie Gott das Gewissen und Satan sie euch dann zeigen werden. Maßnahme 4 Bedenken Sie ernsthaft, dass diese schrecklichen Sünden, die Satan übermalt, denen er neue Namen zuteilt, und welche er übertüncht, das beste Blut, das edelste Blut, das Lebensblut, das Herzblut des Herrn Jesus kosteten. Christus sollte aus dem ewigen Schoß seines Vaters in einen Bereich des Kummers und des Todes gelangen, damit Gott sich im Fleisch offenbarte, schuf dieser ein Geschöpf. Derjenige, der mit Herrlichkeit bekleidet war, sollte sich in Lumpen des Fleisches hüllen. Der, welcher Himmel und Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllte, sollte in einer Krippe seine Wiege haben. Der allmächtige Gott sollte vor schwachen Menschen fliehen, der Gott Israels nach Ägypten, der Gott des Gesetzes sollte dem Gesetz unterworfen, der Gott der Beschneidung beschnitten werden. Der Gott, der die Himmel schuf, sollte in Josefs schlichter Werkstatt arbeiten. Er, der den Teufel in Ketten bindet, sollte versucht werden. Er, dem die Welt und alle Fülle darin gehört, sollte hungern und dürsten. Der Gott der Stärke sollte kraftlos sein, der Richter allen Fleisches verurteilt und der Gott des Lebens getötet werden. Der eine, der mit seinem Vater eins ist, sollte im Todeskampf ausrufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der die Schlüssel des Totenreiches und des Todes an seinem Gürtel trug, sollte gefangen im Grab eines anderen liegen und zu Lebzeiten nichts haben, wohin er sein Haupt legen kann, noch nach dem Tod einen Platz finden, um seinen Körper hinzulegen. Jenes Haupt, vor welchem die Engel ihre Kronen niederwerfen, sollte mit Dornen gekrönt werden und diese Augen, klarer als die Sonne, sollten durch die Dunkelheit des Todes ausgelöscht werden. Diese Ohren, die nichts anderes als Hallelujas der Heiligen und der Engel hören, hörten nun die Schmähungen einer großen Menge. Das Gesicht, welches schöner als die Menschenkinder war, wurde von den gemeinen, erbärmlichen Menschen angespuckt. Der Mund und die Zunge, die sprachen wie niemals ein Menschestat, wurden der Gotteslästerung bezichtigt. Jene Hände, die ungehindert das Zepter des Himmels schwangen, wurden an das Kreuz genagelt. Diese Füße, die wie schimmerndes Erz waren, wurden für die Sünden der Menschen am Kreuz durchbohrt. Jeder einzelne Sinn wurde gequält. Sein Fühlen und Tastsinn mit einem Speer und mit Nägeln. Sein Geruchssinn mit dem Gestank der Kreuzigung auf Golgatha, der Schädelstätte. Sein Geschmackssinn mit Essig und Galle. Sein Hörsinn mit Vorwürfen. Der Sehsinn, als seine Mutter und seine Jünger ihn beklagten. Seine Seele war trostlos und verlassen. Und all dies geschah wegen dieser schrecklichen Sünden, welche Satan bemalt und mit feiner Farbe überfährt. Oh, wie sollte die Betrachtung dieser Tatsachen die Seele gegen die Sünde aufbringen und bewirken, dass diese vor ihr flieht. Sie sollte alle heiligen Mittel in Anspruch nehmen, wodurch die Sünde unterworfen und vernichtet wird. Nachdem Julius Cäsar ermordet worden war, brachte Antonius dessen Mankel, der voller Blut und Einschnitten war, hinaus und legte ihn vor die Menschen. Er sprach, »Seht hier, ist es Kaisers Mankel, wenn auch blutig und verschlissen.« Daraufhin gerieten die Menschen augenblicklich in einen Aufruhr und schrien laut, »Man sollte diese Mörder töten.« So dann ergriffen sie ihre Tische und Stühle, die herumstanden, entzündeten sie, liefen zu jenen Häusern, wo sich Cäsars Mörder aufhielten, und verbrannten sie. Wenn wir also bedenken, dass die Sünde unseren Herrn Jesus tötete, ach, wie sollte dies unser Herz herausfordern, sich an der Sünde zu rächen, welche den Herrn der Herrlichkeit ermordete und so viel Unheil bewirkte, welches all die Teufel in der Hölle niemals hätten erreichen können. Jemand erteilte einen guten Rat, »Hört niemals auf, den gekreuzigten Christus vor Augen zu haben. lasst dies eure Speise und euren Trank sein, ebenso soll es eure Süße und euer Trost, euer Honig und Begehren, euer Lesen und Nachsinnen, euer Leben, Tod und eure Auferstehung sein.« Vertrauen in der Vergangenheit »